Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Chinas Afrika-Strategie – mehr Geschäft als Entwicklungshilfe In den letzten Jahren hat China seine wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu afrikanischen Ländern erheblich intensiviert. Diese Strategie wird häufig als eine Art neue Formen der Kolonialisierung beschrieben. Jedoch betont China, dass es sich um eine gegenseitige Entwicklung handelt. Dies wird deutlich in den Investitionen, die China in Infrastrukturprojekte, Bergbau und Landwirtschaft in Afrika tätigt. Dabei spielt nicht nur die wirtschaftliche Expansion eine Rolle, sondern auch der Zugang zu strategischen Rohstoffen, die für Chinas eigene Industrie von entscheidender Bedeutung sind. Analysen zeigen, dass die chinesische Vorgehensweise in Afrika stark durch das Prinzip von Win-Win-Situationen geprägt ist. China argumentiert, dass seine Investitionen nicht nur dem eigenen Land zugutekommen, sondern auch den afrikanischen Staaten ermöglichen, ihre wirtschaftliche Infrastruktur zu verbessern. In diesem Kontext ist erwähnenswert, dass viele afrikanische Regierungen von den Bedingungen der chinesischen Kreditvergabe und den damit verbundenen Projekten profitieren könnten, auch wenn die nachhaltige Entwicklung nicht immer im Vordergrund steht. Zahlreiche Berichte weisen darauf hin, dass chinesische Unternehmen oft auf schnellere Genehmigungsprozesse und weniger bürokratische Hürden drängen. Ein weiteres zentrales Element der chinesischen Strategie ist der Fokus auf den Ausbau von Verkehrsnetzen und Energieinfrastruktur. Diese Projekte werden oft durch Kredite finanziert, die Afrikas Länder zurückzahlen müssen, was zu einer Abhängigkeit führen kann. Kritiker argumentieren, dass solche Praktiken langfristig die wirtschaftliche Souveränität vieler afrikanischer Staaten gefährden könnten. Laut Experten wird der Begriff der Entwicklungshilfe oft missverstanden. Es gehe nicht vorrangig um altruistische Motive, sondern um wirtschaftliche Eigeninteressen, die Chinas globale Stellung stärken sollen. Darüber hinaus ist der Zugang zu afrikanischen Märkten für die chinesische Industrie von großer Bedeutung. Der Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen durch bilaterale Abkommen ermöglicht es China, seine Produkte günstiger zu exportieren. Gleichzeitig findet eine Überschwemmung des afrikanischen Marktes mit chinesischen Waren statt, was lokale Unternehmen unter Druck setzt. Einige Beobachter sehen hierin eine Form von wirtschaftlichem Druck, die den Spielraum für heimische Unternehmen erheblich einschränkt. Ebenso ist festzustellen, dass China nicht nur in physische Infrastruktur investiert, sondern auch in technologische Entwicklungen. Die chinesische Regierung fördert den Austausch von Fachkräften und Investitionen in innovative Start-ups. Dies dient nicht nur dem Wissenstransfer, sondern auch der Etablierung einer langfristigen Präsenz in den lokalen Märkten. Doch viele Afrikaner sehen hierin nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken für ihre eigene Unabhängigkeit. Abschließend lässt sich sagen, dass Chinas Engagement in Afrika eine komplexe Gemengelage aus wirtschaftlichen Interessen und geopolitischen Überlegungen ist. Die Balance zwischen Entwicklungshilfe und den eigenen nationalen Interessen bleibt schwierig zu definieren. Die Strategie, die oft als Geschäft und weniger als Entwicklungshilfe wahrgenommen wird, könnte langfristig die gesamte wirtschaftliche Landschaft auf dem Kontinent verändern. Autor Anita Farke, Mittwoch, 4. September 24 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.